Darf ich jetzt gehen? Nun habe ich aber auf der anderen Seite noch was vergessen. Ich kann reinzoomen. Da steht auch nichts anderes. Das muss man mit Maria am Freitag haben. Ich habe sogar eine Zeit, um zu folgen. Darf ich jetzt? Der Raum verlassen? Oh. Ah. Search. Send. To Maria. Enter. Warte. Das ist Safis Publisher. Gwen hat Safis Buch verabschiedet? Was? Hallo Gwen, vielen Dank, dass du die letzte Woche die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich habe die Bedenken, die du geäußert hast, übers Wochenende mit meinem leitenden Lektor besprochen und er stimmt zu, dass sie ausreichend für ein Einschreiten sind. Wir haben im Vorgang Safis Projekt all die Töchter, über die wir nicht reden, einstampfen zu lassen, eingeleitet. Ich weiß, dass das nicht das Ergebnis, das irgendwer von uns wirklich wollte, aber ich weiß deine Einsichten in dieser Angelegenheit zu schätzen. Hoffentlich arbeiten wir bald wieder gemeinsam zusammen. Hi, Maria. Ich wollte nur kurz auf unser Gespräch vom Vortrag zurückkommen. Ich weiß, ich habe da eine Bombe platzen lassen, aber hattest du schon die Gelegenheit, meine Bedenken mit deiner Leitung zu besprechen? Ich weiß, ihr gelegtes Update zu schätzen. Okay. Diese E-Mails sind von viel zurück. Wie, bevor Sofie wusste, dass sie ein Poet wollte. Ich dachte, Gwyn helpte Sofie das alles in der ersten Zeit. Warum hat sie... Nein, das alles muss sich ändern. Somehow. Hmm. Ok, dann muss man nur noch mit Lucas reden. Da ist auch der Lucas ja schon. Ich fahre mich noch kurz hier um. Hier vielleicht irgendwas Neues. Hier kann ich auch schon wieder wechseln. Ich kann überall die Zeitlinie wechseln. Da ist ein Café. Da ist ein Stift. Da kann ich auch schon wieder die Zeitlinien wechseln. Oh, Schnappschuss. Ich bin ziemlich sicher, dass du eine Zeitlinie brauchst, um jetzt sogar eine Telefonkarte zu finden. Hm, hm, hm. Da hat sich mit diesem Weg selbst übertroffen. Und das will schon was heißen. Die haben irgendwie alles zu verstecken. Sorry. Busy, busy. Um. ... ... ... ... ... ... Katrin. ... Just put Robby on. Oh, sure. I'm only the boy's father. Who fucking cares, right? How can you say... Whoa. Adds a whole new meaning to nuclear family. If Lucas has it out for Safi, there might be something incriminating in that case. Is that an email? Dated December 5th. That's when Safis car was vandalized. I need to get in that briefcase. Mit dem Lucas der Toten Welt im BK-Gebäude reden. Okay. Untersuchen. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that key. Klausuren anziehen. His don'ts are great. No wonder his glasses are always full. Sei plus. Excellente Beschreibungen, die durch die aktivere Sprache noch hervorgehoben werden können. Das Paradox von Gier und der Folge in unserer gemeinsamen Freundin. Von Alexa Weiss. Einfache Worte sind oft effektiver. Wieder zu passiv. Zeig mir mit allen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, dass deine Worte wahr sind. Okay, ich muss jetzt mal kurz die Zeitlinie wechseln. Ich weiß, wie da da. Ja. Ich weiß, wie da da. Wütend. Es ist möglich, es nicht ein Mörder. Ich fühle mich ziemlich schwer zu hören, dass die Leute das sagen. Das sind viele Bücher. Viele von meinem Bücher. Die Kopie für die Burlington Book Expo. Sie haben mich gefordert, um den Keynote dieses Jahr zu geben. Hast du gesehen, die Standee, die sie mit mir vorgelegt haben? Oh Gott, die Angebote kann man sein. Ich glaube, es ist ein bisschen. Die Standards für die Expo haben wirklich über die Jahre geflogen. Wir hatten viele Medien für die Jahre. Es ist ein Schade. Aber wie werde ich das Jahre und Jahre und Jahre Menschen lieben die Charaktere. Oh, Crap. Ich habe es vergessen. Welche Zeit ist es? Ich muss gehen. Ich habe etwas zu Moses vor seiner Klasse gegeben. Guten Glück mit der Book Expo. Hmm. Lucas ablenken. Hast du noch mehr Arbeit an diesem Puzzle noch gemacht? Es ist lustig, dass du das sagst. Weil ich dachte nur, dass es es zurückzuhalten. Oh Gott. Ich hoffe, dass Lucas wirklich liebte, wenn etwas an diesem Fall passiert. Jetzt. Was kann ich nutzen, um etwas permanentes Schmerzen zu machen? Ja, was können wir denn anstellen? Hm. Fragen über Fragen. Ich schaue mich mal um. die stärkeren lage ansehen versuchen wir es doch mal schade einfach so fast kann ich auch mal wieder zwischen den linien reisen hier ist scheinbar auch nichts was guck ich muss gucken ist immer noch das ja hier dann kommen wir bestimmt noch zur observatorium wenn ich da nicht dann hol ich das guck mal nach vielleicht finden wir hier was Kann ich nichts auswählen? Mit dir kann ich auch nicht reden. Nope. Hm. Vielleicht eine andere Zeitlinie. Kann ich mir vorstellen. Ich wechsle da mal kurz wieder die Zeitlinien. Boah, das wird ja richtig verwirrend. Lukas ist meistens in einem Café. Kann ich nichts ändern. Kann ich auch nichts machen. Kann ich vielleicht hier lang? Könnte ich. Aber ich denke mal, es ist nicht der Sinn dahinter, dass ich mich überall komplett umschaue. Bestimmt ist hier jetzt was. Andere Zeitebene. Ah, guck mal, eine Schere. Kann ich das mitnehmen? Nur kann ich nicht. Jetzt bin ich kind of confused. Komme ich denn in die Verwaltung rein? Komme ich tatsächlich? Kann ich vielleicht nicht da ja etwas. Finn sagte, er wäre zurück in seiner Tasche. Hier kann ich schon mal nichts mitnehmen. Hier kann ich wieder zwischen die Zeitlinien wechseln. Ich schaue mich einfach mal hier ein bisschen grob rum. Entfernen. Wissen. Ja, definitiv. Amin kann man nur ansehen. das können wir ja schon entfernen wie kann man den aufsteller beschädigen entfernen definitiv nur höflich hier finde ich wohl meine lösung nicht pinker mantel stand für stressabbau ist das ein therapist's business card? ich hoffe, dass einige Leute auf der anderen Seite das benutzen können es ist wie ihre Augen folgen dich, woher du gehst das ist schön und alles, aber da ist eine echte barista neben dir komme ich hier rein? ein bisschen rumschnüffeln dann kommen wir ja ein bisschen rumschnüffeln tarotkarten der magier eine karte des einfallsreichtums der kreativität und der macht die manifestation der träume königin der schwerter eine karte die eine entschlossene frau geistesgegenwart und ein bevorstehendes urteil repräsentiert der turm eine karte der erschütterten veränderung ist chaos ein umbruch die letzte karte war auch in elke 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 igel ansehen jetzt nur noch ins computer Ich glaube, dann habe ich mir jetzt alles angesehen. Es sei denn, ich kann mich auch von hier aus noch ein bisschen umsehen. Und von dieser Seite aus nicht. Das habe ich angesehen, das habe ich auch schon gesehen. Das auch. Die Kaffeetasse habe ich auch schon gesehen. Das auch. Ja, dann habe ich alles gesehen. Gut, dann würde ich mal sagen, wechsle ich mal kurz die Zeitlinien. Jetzt schaue ich mich erst mal hier um. Und auch hier kann ich nichts mitnehmen. Das ist die vierte Bottele, die ich gesehen habe, dass unser gefährlichen Lied eröffnet hat. Er versucht, sich zu schmerzen zu sein, weil seine Kinder sterben? Ich gehe da mit oder ohne dich. Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Ja, sehr schön, darf ich mich setzen? Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein. Ja, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Also ist meine Lösung nicht hier. Untersuchen. Schnappschuss. Foto posten. Er sieht aus, als versuche er meine Gedanken zu lesen. Glaubt ihr, er kann's? Bist du betrunken? Max, du bist bloß, hallo? Was heißt, es ist nur ich? Na, da sind ein paar Leute, zum Beispiel. Ich kann mich behaupten, um die Arbeitszeit in fronte zu haben. Du, Frau Caulfield, bist du nicht einer von ihnen. Danke. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wie viele von ihnen hast du? Oh, einfach nicht die Recycling. Was ist das so, Sofie? Sofie, Sofie, Sofie. Alles ist so, Sofie, heute Morgen. Das ist nicht so, Sofie, Max. Das ist so, du und ich. Right. Komm schon! Das Geheimnis mit deinen Co-Worfen ist sexig. Sei sexig, Max. Boah. Ah, not. Das war all the kids drinken in high school. You're from the Pacific Northwest, aren't you? What's that, Mike? Feucht. A little damp. Occasionally torrential. What did you do when you weren't drinking on the train tracks? Took pictures mostly. And? I swear, I'm not that interesting. I don't believe you. I like you, Max Caulfield. You feel... haunted. What? Don't worry, it's good. Haunted people are interesting. Maybe on TV. In real life, haunted people have to live inside their haunted brains. Yeah. They do. I... Actually, really needed that. Thanks. Sharing is caring. Ich habe ein Dichavu. Die sehen, wie sie in einem Foto sind. Ich habe ein Dichavu. Okay, dann muss ich irgendwie anders. Lukas abwimmeln. Aber wie stellen wir das an? Das ist die bessere Frage. Fragen über Fragen. Shine bright like a diamond. Bei meinem Dual-Anruf-Projekt ging es immer darum, mit der Vergangenheit zu reden und von ihr zu hören. Jetzt, da Safi fort ist, frage ich mich, welche Nachricht sie jetzt dort hinterlassen würde. Es ist lieb von dir, dass du an sie denkst, Diamond. Ich habe mich die letzten zwei Tage aufständig gefragt, was sie sagen würde. Danke, dass du das sagst musst. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wusste nicht, dass das dein Kunstprojekt ist. Wie es wohl von einem Geist zu hören ist. Ich bin mir sicher, dass er meine schon lesen kann. Oh, das wissen wir, Reggie. Ich bin wegen eines Doktor-Tätes an der Uni in der Hoffnung auf einen guten Job. Und dann bekomme ich ein gutes Job-Angebot, noch während ich studiere. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das klingt wie eines dieser guten Probleme, oder? Du bist ja nicht nur wegen der Job-Aussichten an der Uni. Du bist eine großartige Wissenschaftlerin. Du hast recht, ich bin eine großartige Wissenschaftlerin. Doch die Studenten-Darlehen bezahlen sich nicht von allein ab. Es wäre schade, wenn du uns verlässt. Und falls es etwas bringt, kann ich für dich mit Jasmin reden. Und sehen, ob wir uns auf etwas einigen können. Und falls du den mutmaßlichen, lukrativen Job nicht haben willst, nehme ich ihn dir gerne ab. So, wie kann ich ihn ablenken? Vielleicht kann ich ohne Grund hier zwischen die Zeitlinien wechseln, oder? Was möchtest du von mir, Max? Was soll ich machen? Oh, Filzstift. Okay, das habe ich nicht gesehen. Chloe! Chloe! Time to make a few edits. Yay! Sepp ist nicht zu beschädigen. Ähm, Eistäufel. The classics are classics for a reason. Wir haben unseren inneren Chloe rausgelassen. She returns. I take it, you've delivered your... Something to Moses? My something? Right, my something. Yep, something delivered. So, not to be the bearer of bad news, but... Somebody drew horns in a tail on your book, Expo Standee. Are you serious? I just put that... Come on! Some people just have no respect for other people's property. Okay, ich muss schon sagen, das gefällt mir mit dieser Mechanik. Auch wenn es kompliziert wird. Ein schwerer. Hauptsache, du machst es voll offensichtlich, Max, wo jeder zuschauen kann. Lukas' famous book. So, that explains the cowskull and the snapping turtle. But does that mean he's the one who smashed Sophie's windshield? Seitschrift ansehen. Yeah, not you, Lukas. Seriously. E-Mail ansehen? Oh, Strafzettel ansehen. 67 Dollar? Outsch. Lukas Buch. Das verdammte Kalskoll wieder. Wer hat das verdammt? Tierstandquittung. Lukas hat eine Schraube? Lukas hat eine Schraube? Oh oh. Das hört sich nicht gut an. A-A-Bronze-Ship. Lukas war in A.A.? Gut für ihn. Mhm. Boulevard-Blatt. So und dann schauen wir uns doch mal die E-Mail an. Lukas war mit seinem Agenten letzte Nacht. Nicht der Snapping-Turtle. Er konnte nicht Sofies Auto vandalisiert. Also... Wer hat das? Kleinkram ist oder nicht? Du bist ein Dinosaurier. Es ist ewig her, seit dein erstes Buch rausgekommen ist. Du brauchst so viel Presse, wie du kriegen kannst. Wir können uns heute Abend planen. Kneipe Ruhm ist alle 20 Uhr. Ich bin eingekreist, wo du parken kannst. Ich habe eingekreist, wo du parken kannst, damit du nicht wieder einen Strafzettel bekommst. Unter bezahlter Autoren-Thema Samuel. Pack hier. Ich habe kein Punkt, in zu schauen, jetzt nach Lukas' Sachen zu schauen. Es ist nicht so satisfying, dass es sein wird. Safi? Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF Du bist immer gespannt Hat vielleicht Caspern gelogen? Hmm Untertitelung des ZDF 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 Beeswax. Mit dem Wind der lebendigen Welt in der Verwaltung reden, okay, machen wir. Warte mal, wo geht es denn am schnellsten zur Verwaltung? Ich glaube hier. Hallöchen, Wind, wir haben noch paar Fragen. Wie schon zwei Stunden um? What? Okay, ich muss das machen. Ach ja. Warum sagt jemand das? Ja. Okay. 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 Okay.